hier ist er in Ordnung das ist zu niedrig ich freut euch doch außer dem linken sie ja noch anschließend Oho also dafür nehmen wir das hier dativ und dann nehmen wir also nichts geschlossen ne da da jawoll der fährt oben drüber was es wird dann war es zu und da und dann und dann schießt mich tot zu und zu glaube ich das ist so aber hier ist nachdem ich jetzt so mach das sind oben rum fahren ja gut so lange so nicht mehr anzeigen starten tust du mir mal um 3 Uhr so 45 und enden um 22 Uhr so die nacht beginnt um 22 Uhr 30 das das auch ein Ende weg das kommt da noch dazu so ja würde ich sagen passt passt jetzt so die glaube wie viel brauchst du sieben wegstuhl und sogar zehn haben so das letzte abwort verpasst kann nicht sein so so davon komme ich dann auch nochmal so nicht wo so jetzt haben wir das hier zumindest wieder alles angeschlossen so stört sich hier was ne 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 sie sind zu hoch zusammen sie ist sie sind wieder zu hoch man kann denn ihr aber auch nichts recht machen ohne scheiß was ist das kredite nö wöchentliche cash cash cashflow Gesamteinnahmen so gesamt würde ich ein Minus machen ne ja gut was für ein Wunder oh 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 da kommen sie weil die Gefahrpreise sind schon niedrig wenn ich sie zu hochmacht dann beklagt dir ich eh wieder so jetzt bin ich gespannt ob die ihren Chaos zusammenkriegen sieht aber alles gut aus die Gefahrpreise sind ist mir jetzt scheißegal ob die zu niedrig sind aber ihr kriegt es anscheinend irgendwie hin hier ist ja echt am meisten Verkehr von den ganzen Personen 51 ist echt ist echt krasser Bullshit aber irgendwie ich ich habe so das Gefühl dass die sich da wieder raushakeln also das ist nicht wieder so ein Verkehrschaos gibt wie sonst immer das hat einfach gar nichts mehr ging das scheint irgendwie weg zu sein weil hier staut sich nicht und da staut sich nicht ich glaube das liegt hier allgemein an dieser 5er Straße weil ohne die die wie kann ich die weg machen konnte ich mal irgendwie entfernen weg wie zum Fick kann ich die Ampel entfernen konnte ich irgendwie okay wich digo ich KNOWD drauf oder eh mhm okay wie mache ich das ä penetrate Entfernen. Klärtasche, Ente, das... Jetzt habe ich, glaube ich, irgendwas gemacht. Jetzt habe ich es angehalten. Mit irgendwas, mit Wasserlissen an. Klärtasche. Ah, okay. Wir kommen ins Wirbel durch. Einige Fahrpreise sind schon niedrig. Also, wo wollen die denn jetzt alle hin? Kommt schon... ...einer... 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 ...ist zu wenig. Einer ist zu wenig. Kommt schon, komm schon, komm schon. Da kommen schon die nächsten Busse von rechts. Ihr werdet das doch zum Fick irgendwer hinbekommen! Ich mache da extra so eine Riesenstraße. Nice. Und dann kommen wir nicht voran. Was, zwölf nicht genügend Depots? Watt, 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 watt? Ah, fuck, wie konnte ich mich denn nur bewegen? Achso, ja. Watt? Wo sind zwölf? Fünfzehn von zwölf im Einsatz. Ähm... Okay. Jetzt möchte ich aber gern hier nochmal zugucken. Oh, ich seh's schon kommen. Ich seh's schon kommen. Es ist unglaublich, wie ihr nichts geschissen bekommt! Ohne Scheiß! Ihr kriegt nichts geschissen! Jetzt steht wieder alles, wow! Jetzt steht wieder alles, wow! Spitzenklasse! Boah, so! Boah, interessiert mich nicht! Hauptsache, du fährst! So! Nicht genügend Fahrzeuge! Ich hab' die da waren! G-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g! Und...